Spiel mit zwei Fans. Was sagt ihr vor dem Spiel, wie das ausgeht? Ja, ich sag mal, ich hoffe natürlich, auf einen Sieg ist ganz klar, weil man natürlich aufpassen muss. Bulghausen ist, denke ich, nicht so schlecht, wie es momentan der Bellenstand aussagt. Da muss man auf der Hut sein, aber natürlich hoffe ich auf einen halben Sieg, ganz klar. Ja, und ich sag mal, im Mittelfeld haben sie eine gute Viererkette. Vorne läuft es nicht so gut, aber hinten werden sie immer stärker. Was sagen Sie, was für einen Tipp geben Sie ab? 3-1. Ich finde das sehr optimistisch und eine klare Sache. Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass das heute in die Hose gehen könnte. Ja, ich denke ein 3-1, wenn man auch gewinnt. Das ist machbar. Also dann, viel Spaß beim Spiel. Ciao.